hallo leute herzlich willkommen zurück zu einem neuen video auf dem kanal let's play nation wir spielen eine runde forza horizon 4 online dabei ist discord crew ja mit ganz vielen leuten ihr könnt mal hallo sagen ja und der lino ist auch am aufnehmen und wir wir spielen hier eine art stock car crash challenge erfunden hat das ganze der lino jetzt der kann ja mal erzählen was hier so passiert ja ich habe die zielfalt stocker crash challenge erfunden an alle die es nicht wussten ja das auch wir haben uns schöne autos aufgebaut der mustang hier gehört man nicht dazu wir haben uns hier eine kleine strecke rausgesucht hier am festival so eine kleine strecke rausgesucht und die werden wir abfahren wir zählen alle unsere runden selber und ja dann würde ich sagen können wir gleich auch loslegen und realistischer schaden an werde ich erfahren kann kann entweder sagen ich habe keinen bock mehr und stellt sich irgendwo hin oder noch versuchen wirklich viel zu fahren äh und alle sind da auch schon dass er in der zeit oder 800 bei b7 b7 hundert herr weil was er echt 7 hundert ja aber ja tatsächlich umstehende ja gut ich denke ich habe die dauert 15 minuten bei 15 minuten wird einfach komplett gestoppt und dann ja ich sage ja keine ahnung was soll das zu sagen ich denke alle sind natürlich auch antwort ist natürlich in der beschreibung aufgelinkt ja lino auch und ich auch hoffentlich zeit überbrücken die wir jetzt nicht so schwer haben und es wird ja dann würde es da starten oder 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 vielleicht auch drei oder ich sehe ich hier unter 5 4 3 2 1 go auch schon und hier geht es ja lang warte mal geht es ja wo wo geradeaus ich bin die strecke vor zwei Minuten durchs Landmann hier jetzt links ja danke haben ist natürlich erlaubt hätte ich das herr wo wir sagen jetzt jetzt warte mal wohl wo lang jetzt auch so trägt und jetzt wieder rechts komplett scharf rechts das ist halt eine runde hier mann ich brauche halt hier Navigationssystem ohne das geht es nicht ich halte voll drauf ich bin rollender Panzer Rücksut gibt's nicht schiffen lieben ist ein Leben der Beschreibung muss so richtig sehen in der Beschreibung ja warum nicht lauf haben als ob Fabian direkt schon wieder nehmen es ist halt Prozent Power auf Verbie für jeder Pferd so richtig passiv ich glaube das ist jetzt schon unsere zweite Runde oder auch ich bin jetzt mal das erhält ich habe halt keine Chance der Falle nicht einfach langsam fahren und die ersten weg weil es das nicht mehr verwendet ich bin ich bin halt wieder ich bin halt an so einer scheiß Kante hängen geblieben weise, lass ich vorbei, der fährt schweben, kannst du das, ok? Ah! Hier geht's lang. Jaaa Jan? Ja? So, ja weise, dich muss ich noch einholen. Jaaa Und hast du schon irgendwelchen Schaden? Äh, tatsächlich nicht, ne, Reifen wird grad kritisch, aber ansonsten alles gut. Wohnt schon irgendwer überrundet? Ja, ich. Nö, na doch, hier. Anton. Ja, ok, das höchste, was ich habe, 18 Reifen. Ja, 19 Reifen. Ne, ne, ne. Ich hab Anton einfach weggetreten. Aber schon props an dich, dass du mit so einer Ikea-Schaukel da gut rumkommst. Ja, Ikea ist ja auch das beste. Ey. Ich will sagen, Wolfo ist aber auch das beste, was du machen kannst. Okay, rip. Jawoll, meine Chance. Das war... Ohohohoi, Lino, ja, ja. So, next lap. Warte, welche Runde seid ihr da vorne? Ich weiß es nicht. Äh. Jaaa. Seid für mich. Jaaa. Ich glaube, das ist jetzt meine sechste. Oh, ja, ja, zack, bumm, peng. Jaaa. 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 Ah, scheiße. Komm nicht gut um die Kurve rum. Oh, ja, jetzt habe ich ein bisschen was. So, drei Prozent. Weißt, was ich habe, ist Karosse. Welche Runde bist du? Das weißt du, was ich habe, ist 100 Prozent. Alles klar, was machst du? Jaaa. Ich habe an dem Frontonstrundstand 100 Prozent, wenn man beim Bein weint. Du. Junni, er hat sich einfach schon wieder überwunden. Jaaa. Anton fähr zu den HDT. Jaaa. Aber das ist kein Wunder. Wo auch für die Mädchenanka so weitermal im Weg standen ist. Jaaa. Das machen. Jaaa. Er macht halt gar nicht aus, wenn ich Anton McKammer. Er hat einfach super Runden. Ja, da wird echt tatsächlich gerade jemand überrundet. Ja gut, oder auch nicht. Machst du jetzt keine Sorge, hinter Anton kannst du schon nicht mehr fallen. Ja, da werde ich ausgebremst hier. Gibt es ja gar nicht. Lass den Herbie vorbei. Ich habe eigentlich nur noch die Chance, dass ihr euch über Zeit wegrammt und zerstört. Da wird die Dosen-Suppe überholt. Junge, alles so auf einen Haufen und ich fahr hier so ganz alleine. Hallo Lino, na, wieder am Einkaufen. Ja, ja, bei Ebay Motors. Ja, nicht gesponsert leider. Deswegen übrigens auch das BeatPaint zu tun. Voll in die Seite rein. Durch den Rahmen, den ich dir gerade verpasst habe, habe ich keinen Schaden erlitten. Nix. Nein. Ich glaube, wir müssen uns eigentlich... ...merken, wie oft die überrundet wurden jeweils. Oh, Lido! 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 Nein! Nein! Warum ist das auch einfach so? Nach 15 Minuten wird geguckt... Ganz ehrlich. What the fuck? Ich weiß nicht, wie oft ich schon überrundet wurde. Ich habe es auch nachgekriegt. Alter! Sorry, Fabi. Ey, das... Das... Ja! Da wird er schon überrundet jetzt, ja? Und kickt mich hier in die Seite rein. Was soll denn das? Werd hier nur gemopft. Und nach nach 5 Minuten einen Drag Race. Hallo, Anton. Anton, jetzt konnte ich Fabi nicht mehr wegraben. Mein leckere Schrott. Hä? Hä? Hacke? 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 Ich habe halt echt früh echt viel Schaden bekommen. So, für die Fehlendisse. Lino, kannst du nicht nochmal... Warte. Kannst du nicht nochmal so die ersten beiden da wegraben oder so? Ich habe es fast geschafft. Jan, auf seiner Seite. Ich habe es fast geschafft. Jan, auf seiner Seite. Das ist schneller als ich vor Runde, habe ich das Gefühl. Jan? Stell dich mal das mit 12 Autos auf der Strecke vor. Alles wäre geil. Vor allem, es kann sein, der einzige, der aufgefallen ist, was du für Wörter auch auf deiner Seite stehen hast. Noch was habe ich denn auf der Tür stehen? Und das könnt ihr selbst herausfinden, Pauli, Grinus oder Fabius. Dann will es nicht das Video erst einmal gesehen. Guck mal, hinter dir. Alter! Oh ja! Mann! Ja, Fabio, nicht noch. Ich habe Fabius. komplett abgeräumt. Ey. Warte, Fabio, treffen wir uns nochmal. Komm, 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 komm. Nein! Alter. Ja, räumt doch mal Weiser ab. Wie wäre es denn damit? Komm, ich bin zwei Leute. Wer ist gerade überhaupt Erster? Jan oder Weiser? Ich bin Erster. Ich bin Erster. Weiser ist Zweiter. Ich will sagen, Weiser hat ein Volvo, also mach ich es nicht. Volvo, es ging zu Baro. Nein, ich habe nichts. Hallo Fabi. Nein. Ich habe nichts gegen irgendeine Marke von Ihnen. Entschuldigung, jetzt zählen wir uns wieder. Hi. Jetzt war ich zwei mit einem Video. Ja, je, 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 je. So schnell lasse ich dich hier nicht vorbei. Oh, nein. Oh, nein. Oh, Gott. Jan. Du musst ja nicht mal zählen, ja. Okay, hast gewonnen. Komm, 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 komm. Nein. Neue Rivalitäten bauen sich auf. Jan gegen Fabi. Oh, danke der Rollroll. Das wird schon besser. Aber nicht für mich. Okay, so. Weiser. Zieht einfach auf der Kran so nach rechts rüber. Gib ihm. Gib ihm. Ja. Ich hole Fabi. Ohne Worte. Ohne Worte. Ich sehe nur so wie Fabi von mir fährt und ich denke, komm, jetzt schaffe ich es. Was müssen sich die anderen Spieler denken, die die ganze Zeit einfach im Waisenfestival so rumfahren? Oh, wow. Wow. 6 Leute, die im Kreis fahren und sich wegraben. Bei den Hängepullen war Tabi. Nein, nein, nein. Die fahren jetzt einfach alle mit. Ja, das ist das. Ich denke, es ist mir einfach alles langsam. Hallo. Hallo. Mein F1 GT ist doch auch nicht der Schnellste. Komm, Fabi. Gib ihm. Das war der Liebste, was du... Dies ist die Frontschürt... Ne, die Seitenschürt mit 8%. Denkung. Boah. 11. 11. 11. 11. 11. Ich glaube, ich habe jetzt jeden überrundet. Hast du überhaupt Schaden oder so? Mein Auto ist ein rollender Panzer. Ich habe 300% auf den Seiten und auf der Frontfahrt. 100% habe ich überall kosmetisch. Schaden und eine Aufhängung, Federung und Bremsen. Aber sonst eigentlich? Ja, bei mir ist es so ähnlich wie bei Weißen. Mein ganzer Motor ist halt noch zipptopp. Ja, ich habe 23%. Ein Motor hat 53%... Komm, 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 komm. Nein, 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 wir rühren mich halt ab. Oh, Lino. Ich wurde gegen eine Kante gedrückt. Ich will sagen, dass es nicht cool ist. Jetzt halt schon 13% mehr Motor fahren. Oh, das habe ich aber gerne gemacht. Aber mein Wagen fährt echt noch gut. Also. Mein Wagen fährt sich echt wie das letzte Stück Scheiße. Mein Auto fährt sich gut. Meinst du nicht. Vielleicht mache ich mir sogar die Arbeit bei einem Scoreboard rein. In das Video. Wie oft? Danke, vielleicht. Warum? So, 4 Minuten noch. Jetzt ist mein Abstand zu groß, jetzt kann ich ihn noch mal machen. Doch, doch. So, da bin ich jetzt wieder Erster, oder? Nee. Hä? Sie sagen, der Einzige, der hier im Panzer hat. Nee, noch nicht. Du hast Jan nicht überholt. Du hast Jan nicht überholt. Ja, du musst noch Jan überholt. Und der ist... Oh, ich hole Fabi wieder. Ich hole dir Fabi wieder. Nass. Hallo Fabi. Hallo. Ich kann mir nur noch weiß gefährlich werden, weil wir haben irgendwie so die Panzer. Also der Einzige Panzer muss eigentlich nur weiß sein, man ja fährt sowieso ein Panzer. Warum hat Jander noch so viel Leben? Aber ich kann den Boll, wo einfach wegkommen. Das macht mir überhaupt nichts. Ja, das stimmt. Okay, auf den Kies springe ich mittlerweile richtig hart. Meine Federung ist absoluter Marsch. Aber wenn die Krochen... Ich habe 85% Motor. Ich habe nur vorne recht. Federungsschaden Rest. Geh ein Knochen. Ich habe Reifen 100%. Lenkung 400%. Ja. Meine Reifen sind gerade mal so bei 20%. Meiner auch. Ich rutsche hier nur noch rum. Ich sehe es. Zweieinhalb Minuten noch. Okay. Oh no. Nein. Ja. Wow. Und ich treffe wieder nur Fabi. Ich habe dich aber auch voll in Fabi reingerammt. Sag mal. Ja, aber repariert man nach dem Rennen nicht direkt den Wagen. Gucken wir uns das mal an. Ich glaube, ich bin der erste Wagen. Also, somit bin ich, äh, bin ich irgendwie Dritter oder, ne, Vierter oder so, ne? Ne, Vierter. Vierter, ich bin Dritter. Ja. Genau. Ey, die, äh, Horizon-Kolonnen-Liste unrechtlich passt voll, man muss nur Mathis mit Weiser setzen. Ne, passt gar nicht, äh, Jan ist erst dann. Äh, ne, ich muss erst das dann. Ja, eben, passt doch nicht. Also, ich bin mir da so nett. Ich muss auf der ersten Stelle es dann, dann Weiße. Ja, was macht ihr denn da? Ich kann mitkuscheln. Ich kann ab. Dankeschön. Oh, quasi. Das ist dafür, dass ich dich vorhin die ganze Zeit begrammt habe. Ja, genau. Ich weiß, das ist echt lustig. Also, lustiger als auf der Strecke, auf der wir es vorher probiert haben. BAM! Also, auf der, auf der, auf der, auf der Figure-8, auf der Figure-8 beim Aerodrome, finde ich es nicht so geil. Wie hier. Ja? In einer normalen Welt ist es irgendwie viel lustiger. Ja, du wirst halt nicht geghostet. Ah, das ist ein neuer Rekord. Es gibt keine Checkpoints, wo man verpassen kann. Ja, ich kann wirklich jedes einzelne Auge, ja? Das sind wir nicht doll. Lino? Ja? Fahr gerade 50 kmh, das ist ein neuer Rekord. Boah, krass, Alter. Ich fahre nur an der Rekord. Wie viel Schaden hat euer Motor so? 34, fast. Aber meine Reifen sind ja von der Plus, ja, hier ist es nicht. Äh, Motor? 10. 86. 15. Aber ich hab, ich hab auch nen Motor von Ebay. Ich, ich sag, meiner hat 86. Okay, ich hab 52, danke, weil du. Ne, bitte. Hätt ich wenigstens die Frontachse getroffen. Nein, Jan, du kommst hier nicht, aber nicht so schnell. Boah, fuck, jetzt hat er aber Probleme. Jetzt hab ich echte Leistungsstörungen beim Beschleunigen. Ich hab 16% Motor scheinen, weil ich nicht gerade verschalten habe. Wenn man kaputt ist, ist die Lenkung mit 30%, dann kommt die Kupplung. Ich hab Lenkung 77. Ich hab Lenkung 100. Ich hab Lenkung 93. Und Motor? Zeit ist übrigens um. Okay, dann stehen bleiben, stehen bleiben. Ich muss pre-reale stehen bleiben, genau. Ein Mende Bremsen holen ich. Okay, einfach mal stehen bleiben. Reise. Jetzt will ich es weise wissen. Wir treffen uns alle wieder an einer Stelle. Nein, 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 nein. Ja, aber ist egal, wir wissen. Also Jan erster, weiße zweiter, ich dritter, fahr wie vierter, dann Mattes, dann Anton. Ich muss sein Auto, kann man noch verkaufen. Sieht aus wie neu. Darf ich mal vorlegen, weil ich alles 100% hab? Ja, kannst du mal sagen, wir fahren schon mal zum Dragstrip. Ich fahr auch ganz lang. Ohne zu rammen, sonst ergibt das keinen Sinn, was ich brauche. Also ich hab 100% Frontstuhlstande, 100% beide vorderen Bremsen, 100% vorderer linker Schalldämpfer, 100% beide Seiten und 100% Heck. Ja gut, ich hab 100% Frontschürze, 100% die beiden Seiten schützen, linke vordere Federung und... Ja, ähm, ansonsten würde ich noch sagen, ich hab Lenken, 3 und 9. Wie Anton dahinten so anruhen. Du, du kannst ruhig. Ach, der war zu ganzer Wartungsballon, da kommt Anton. Das ist Top Speed. Müsstest du überhaupt bremsen für die Kurve? Also der Modo hört sich auch toll an. Ja. Okay, dann würde ich sagen... Ich bin bereit von einem Sparrow haltgemacht zu rechnen. Warte, ich zieh. Äh, noch wieder ausgedrückt. Kabelenkung 93, Modo 91, Kupplung 86, Getriebe 6,7 und Anfängswelle 13. Inaktivität festgestellt, spiele weiter, um in der Sitzung zu bleiben. Du bist auch in der Sitzung bei uns, du fährst gerade einfach weg. Selbst mein... Er ist gerade ein Stück vor und wieder zurück. Ja, ich bin gerade ein bisschen umgefahren. Selbst mein Subaru-Zeichen ist hinten abgekratzt, das erkennt man nicht mal mehr. So, okay. Okay, dann würde ich sagen, 3, 2, 1, go. Los, Hackernsrieb. Hallo? Ich muss halt 3 Sekunden, äh, 3 Jahre schalten. Ey, das ist Fabi. Oh, 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 na, du bist schneller. Du, oh, ja, 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 ja. Hallo? Ging Ende hin, wird es bei mir und weiß noch knapp, äh, knapp her. Wer, 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 wer hat gewonnen? 70 kmh. Fabi war froh mir. Ey, Jan, nicht Fabi. Äh, Entschuldigung, Jan. Aua, ich hätte noch gespielt. Dann würde ich sagen, das, was wir von... Wir sehen uns das nächste Mal wieder, bis dahin. Ciao. Anton wird das dir nämlich nie erheben. Ja, ciao Leute. Tschüss. ARD Text im Auftrag von Funk